hier gibt es sicher noch einiges zum holen ich gehe noch mal kurz zu dem schiff da leute magie ein ort der macht sehr interessant hier gibt es einige zu holen gut dass ich da hergegangen immer da kurz rum so hier scheint nichts mehr zu sein das passt immer da runter das nehmen wir alles mit das können wir nämlich sicher schön verkaufen ja wohl also das hat sie rentiert dass man da noch mal zurückgeladen sind und wir gehen zum ort der macht unter wasser ist und interagieren in den fertigkeitspunkt habe ich erhalten das ist ja wunderbar wo kann ich den endlösen haben wir über zwei gut dann würde ich sagen wir machen das dann nur höher den platz auswählen ich verstehe jetzt nicht was habe ich hier Kräuterprobe okay das dann so da und das möchte ich jetzt verbessern genau jetzt funktioniert es so wunderbar noch mal verbessern ja wohl stufe drei davon so passt es und mein ach sie zeichen ist versteckt aber das brauche ich nicht gut wir gehen richtung ziehen schlötze komm her auch da ich hoffe du rennst hier unten entlang schlötze da kommt ihr richtig da gibt es einiges zu ernten wisst ihr was leute ich gehe zu fuß weil hier gibt es nämlich immer was zum looten wow da ist kohle ich kann mich lächeln also auf jeden fall ein neues manuskript haben wir hier ist einiges an land gespült worden blutnuss hört sich auch an da kann ich sogar rauf also mit dem pferd wäre ich da nicht rauf gekommen wow so jetzt müssen wir schauen welche Art Feinde hier sind okay los geht's das sind Leute Level 14 wir sind fast auf unserem Level da bin ich gespannt es wird ein fairer Kampf werden und hart also durchaus interessant so wir bauen ein Schild wieder so den Hammer hopps Schild brauche ich so und Rune ist im Karton wir looten jetzt waren ein bisschen Schwachuni Gegner aber trotzdem ist schon in Ordnung was gibt es hier schon nicht oh warte 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 nicht runter fallen so haben wir gesagt da sind noch mehr ja das sind Wölfe oder sowas da gibt es viel zu looten die haben wahrscheinlich irgendwelche Tiere oder so gewissen oh Level 15er Wölfe da muss man aufpassen so wir haben sie boh ho ha 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 tief so haben wir geschafft es ist nicht so leicht hier irgendwie sieht man hier gar nichts wenn ich hier am loot vorbei oder was hier gibt es da ist nur los liegt es nicht irgendwie steh nicht krieg ich es nicht armen hasen das kriege ich jetzt das ist mir jetzt wurscht gut dann gehen wir weiter richtung ziel wir müssen uns ein bisserl heil nehmen werde ein bisschen fleisch essen so ein bisschen dichter wald ein bisschen ungut hier durchlatschen das kann man auch noch mitnehmen bandite deine mutter hat dich rausgeschissen jetzt schuldig dass keine mutter die auch ausgeschissen beschwere ich mich so ich hoffe du hast jetzt genug du scheiße ich sage wir haben uns ordentlich auch schaden zu getötet nicht gut nicht gut ich werde nur drei fleisch essen eine schwarze haben uns reingepfiffert das musst du halbwegs reichen so das reicht schön geheilt was ist hier hallo kaufmann nimmst du mir was ab hallo grüß dich willst du was kaufen aber sie die sie die sie die schauen wir mal zeigt mir deine wahren das ist dann einsame weltreiseführer x geld durch das lesen dieser werden bestimmte schnellreise punkte das ist gut aber das ist ein teurer spaß das ist teuer ich nehme mal das 2 300 insgesamt 500 insgesamt ziehen ja ich nehme die mal alle ziemlich teurer spaß muss sagen preise haben die ihr da wird eine mehr schlecht aber okay vielleicht nehmen wir auch ein bisschen was ab müssen wir das zeug immer ein bisschen geld hier zurückholen zumindest ein bisschen so recht viel haben wir leider nicht zu verkaufen die fackel kann ich auch hier geben die braucht auch keiner so das nehmen wir alles nicht das haben wir hier noch die felle gehen auf jeden fall so das war's interessant wenn ich den türen damit dann das geld kriege ich glaubt das so weiter geht es also geld brauchst du endlich davon ist eine stadt das wird wahrscheinlich mein ziel sein das ist ein schöner scheiß hier geht es immer weit darauf definitiv der falsche weg gut hier sind wir definitiv falsch das funktioniert nicht wir müssen da weiter runter so hier geht es lang haben wir uns ein bisschen verlaufen heute war nicht schlimm da oben waren wir also das ist schon anderswo wir sind im hafen so dann schauen wir mal auf die karte ja gut die schnell wir müssen das glaube ich zuerst lesen und dann ist es freigeschaltet das ist gelesen 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 so und jetzt sollte man das freigeschaltet haben alles wie sieht es jetzt aus hier so viele habe ich noch nicht da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr aber die großen städte haben wir zumindest mal oder die größeren so wir gehen mal zu dem anschlagbrett holen uns ein paar aufträge und dann schauen wir weiter so wo ist das anschlagbrett das ist hinter mir wo ist es denn ah da so dann schauen wir mal was es hier alles gibt Igna der Leuchtturmwächter ist von seiner letzten Beutefahrt nicht zurückgekehrt und ruht nun auf dem Nilfgardischen Boden wer von den Kriegern von Clan an Kraytay ist Willens am Leuchtturm wach zu halten meldet euch in der Festung der Trode das hört sich nach dem Auftrag an Auftrag das gestohlene Schwert nehmen wir Auftrag Gast des Weltes Fäustkämpfe jawohl das nehmen wir mal alles an hier wir haben ein paar neue Quests ich werde mal hier auch Quests einsammeln also hier haben wir wieder ein Hoffnung zu tun aber ich möchte dann auch wieder zurück ja 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 ist super nicht sehen wir etwas von Arbeit gesagt ah ok ok der gibt mir auch einen Auftrag hör mal Hexa nehm ich mal mit Wir haben ein Problem mit Muiri Diablen, du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Oh ja, oh ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Erzähl mir von dem Problem. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muiri Diablen angegriffen haben. Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebte in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Reden wir doch mal über meine Belohnung. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. So, was können wir denn verhandeln? Schauen wir mal. Das würde mal nicht mitmachen. Ich sag mal 300, aber das wird zu viel sein. Oh, der stinkt. Für ein paar mehr Teufel, nie im Leben. Also, da müssen wir ordentlich runtergehen. Sag mal 280. 285, ich versuch's nochmal. 290, versuchen wir's mal so. Oh, scheiße, die sind gescheit gierig hier. Ja, okay, ich übernehme den Auftrag. Scheiße, die sind gescheit gierig, Leute, ins Gellige. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. So. Dann kommt ein Händler, der hat mir mal eh gerade gehandelt. So, wir schauen jetzt mal wegen den Aufträgen, was wir da alles so haben. Das interessiert mich jetzt so. Ups, letztens bin ich drübergehört. So, wir werden auf jeden Fall dieses Quest hier machen, dann. Aber ich schau mich noch mal um. Fliegende Fäuste, ja, das ist ab Level 30. Wow. Quint, uuuhu, da freu ich mich da drauf. Aber wirklich, Leute. So, dann haben wir noch einiges hier. Da haben wir noch einiges zu machen. Dankeschön. Die Stufe 9, hä? Okay. So, Hexerauftrag. Was haben wir hier? Muijerben, das ist das, was wir hier haben jetzt. Gut, das lassen wir dann vorerst noch. Jo, wir haben hier schon einiges, Leute. Also, an Aufträgen mangelt es uns nicht. Wir werden jetzt aber Wetter machen mit diesem Auftrag hier. Und ich werde halt alles Mögliche mal annehmen und so. Das kann man ja annehmen. So, das hat der Pech gehabt, Kleiner. So, was ist hier los? Gräben ist, oder was? So, was ist hier? Das musst du dich tun, Kind. Da ist wohl irgendjemand, der nicht so ganz unbeliebt war, gestorben. Wie grausam, so ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, die geht. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Nein, das ist Ihre Entscheidung. Ja, die wird mit angezündet. Was ist denn das für Baban? Aber die haben Bräuche. Das ist ein Sunderbaum, Alter. Das ist ein Sunderbaum, Alter. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Türseh hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaus segeln. Das wird ein guter Tag sein. Du riechst wundervoll. Sag mal, gehen wir ein bisschen flotten. Du riechst wundervoll. Gerald, wir sind hier auf einer Beerdigung. Du riechst wundervoll auf dieser Beerdigung. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu kören, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Kertrolde stehen allen offen. Die Bran vom Clan Türsek ihre Treue schworen. Und es gibt genug Meed und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. So, was haben wir denn da? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi, Let's Play. Tschüss.